Kennt ihr schon dieses versteckte Paradies mitten in Deutschland? Ich bin im Thüringer Wald unterwegs und zeige euch heute das malerische Schwarzertal. Wir wandern über den Panoramaweg Schwarzertal durch den idyllischen Wald und kommen an einem alten Jagdschloss vorbei. Dann erreichen wir diesen sensationellen Fotospot. Schaut euch mal den Blick auf Schwarzburg an. Anschließend düsen wir mit der historischen Standzeitbahn nach oben. Die fährt hier schon seit über 100 Jahren. Und schließlich erreichen wir den Fröbelturm. Und dort befindet sich am Fuße eine Kräuterwiese, auf der allerlei Köstlichkeiten wachsen. Habt ihr zum Beispiel schon mal Brennnesselchips probiert?